So und als nächstes ändern wir im Slider diese Texte hier. Wo machen wir das? Diese Texte sind durch den Revolution Slider generiert, weil dieser komplette Teil hier der Website durch den Revolution Slider generiert wird. Das bedeutet, ich gehe mal auf mein Backend wieder, hier oben und ich klicke immer Command oder Control, damit das im neuen Fenster passiert. Dann gehe ich hier unten auf Revolution Slider und suche mir den Slider aus. Das ist Home Business. Ich klicke darauf und jetzt sehe ich hier die allgemeinen Slider Einstellungen. Da sind ganz schön viele Einstellungen, die ich ändern kann. Hier rechts sind zum Beispiel ein paar Sachen, die sollte man sich mal anschauen. Da werde ich aber auch noch Tutorials drüber machen. So und ganz wichtig ist hier unten Slides bearbeiten. Und was richtig cool ist, dann sehe ich alle Slides, allerdings kann ich mal den ersten einfach anklicken und sehen, dass ich dann hier oben auch zwischen den Slides wechseln kann. Also habe ich Slide 1 und Slide 2. Und wenn ich hier wieder draufgehe, dann sehe ich, ja, ich habe genau zwei Slides hier. So, ich gehe zurück und sehe, ich habe hier ein Thumbnail und die Thumbnails werden auch angezeigt hier. Das kann ich auch deaktivieren, aber ich lasse es jetzt erstmal noch. Ich habe hier zum Beispiel ein Hintergrundbild hier, da kann ich auch die Quelle ändern, aber das wollen wir auch lassen. Wir wollen wirklich nur die Texte ändern und jetzt muss ich ganz schnell kreativ sein. So, Tom doubled her incomes over the last years. Okay, so können wir es gleich mal verbessern. Tom hat sein Einkommen über die, über das letzte Jahr, über das letzte Jahr verdoppelt, dank BTheme. Okay, das sehen wir jetzt hier, diese BR-Dinger hier. Was ist denn das? Das habe ich jetzt gar nicht erklärt, ne? Das sind, ist HTML, das sind HTML-Tags, die sich sofort wieder schließen durch diesen Forward Slash hier und die signalisieren, dass das umbrechen soll an dieser Stelle. So, wenn das jetzt natürlich hier länger wird, der Text, dann muss ich ihn ein bisschen nach oben schieben. Und das ist so eine Sache hier im Revolution Slider mit dem, ich nenne es mal Alignment oder mit der Anordnung, dass die sehr schwierig vorzunehmen sind. Also, dass ich das hier wirklich eigentlich nach Augenmaß machen muss. Ja, also da lässt sich nicht viel automatisieren in irgendwelchen Reihen und so. Und dann sollte man das hier aktualisieren, das kann ich über diesen Knopf hier oben rechts machen und mir die Vorschau anzeigen. So, jawohl, das sieht ganz okay aus, allerdings fließt das nicht ganz mit ab. Das könnte jetzt, ja, das liegt jetzt daran, das muss ich jetzt wirklich mit Augenmaß noch ein bisschen nach links schieben und hoffe, dass es jetzt ungefähr mit abschließt. Also, da kann man sehr viel Feinoptimierung machen an so einem Slider. Schauen wir uns das mal an, wie es mit einer anderen Schrift aussieht. Weil das war eben nicht die richtige Schrift. Ja, jetzt sieht es echt ganz okay aus. Ihr seht jetzt, wie es funktioniert, wo dieser Teil hier generiert wird, dieser Slider. Wenn ich den Slider zum Beispiel austauschen wollte, dann würde ich hier mal auf Seite bearbeiten gehen. Und dann sehe ich, dass eben dieser Slider, den ich gerade verändert habe, dieser Business Slider, hier nicht im Visual Composer, das ist ein sehr beliebter Frontend-Editor, bearbeitet wird, sondern, wenn ich mal runterscrole, mit diesem Muffin-Editor. Denn, und da kommen wir jetzt zum ersten Mal zu, B-Theme bietet uns an, dass wir entweder mit dem Visual Composer arbeiten, damit kann man seine Seite aufbauen, oder mit dem Muffin-Group Composer. Ich werde jetzt erst mal mit dem Muffin-Group Composer arbeiten, mit dem Muffin-Group-Bilder und sehe, dass ich hier, ja, als allererstes keinen Slider habe, der muss woanders herkommen. Da gehe ich mal hier runter und durchsuche mal nach Slider. Wo kommt denn der her? Ja, ja, also das ist jetzt mal hier so die Quiz-Frage. Das ist echt immer unterschiedlich, aber hier ist es durch diese Einstellung generiert. Hier unten könnte ich auch nochmal sagen, okay, welches ist das Template, falls ich Posts im Visual Composer, äh, im Revolution Slider anzeigen lasse. Aber ich möchte hier einstellen, welchen Slider ich hier überhaupt ganz oben nehme. Ja, und hier kann ich den auswählen und der kommt dann über dem Content. Und das ist auch ganz gut, dass man das durch so eine Einstellung hier einstellen kann. Ich könnte auch das Layer Slider Plugin optional nehmen, okay? Oder ich nehme einen Slider Shortcode. Also ich habe hier drei Möglichkeiten und das ist wirklich gut an diesem Muffin-Group-Visual Composer. Und hier, dieses fancy Heading hier, das stellt jetzt diese erste Überschrift dar. Die werden wir im nächsten Video bearbeiten. Aber so kommt der Slider hier auf die Seite, auf unsere Home-Seite. Ja, und alles das hier wollen wir jetzt im nächsten Schritt mit dem Muffin-Group-Page-Builder bearbeiten. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Liked es, wenn es euch gefallen hat, wenn euch diese Videos hier was bringen. Ich danke euch vielmals. Macht's gut. Liked es, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat.